Kekse, Kekse. Luft, du musst dich bereit machen in den Segeln. Parken wir an der Nord- oder an der Südseite? Die Südseite bietet uns mehr Deckung. Gehen wir an die Südseite. Wobei, wir parken einfach an der Seite, wo wir gerade sind. Dann passt das schon. Soll das mittlere Segel hoch machen? Ja, mittlere Segel hoch. Und vorderst direkt danach auf. Okay. Oh, das ist komplett hoch. Schnauze kacken. Kommt dann direkt danach zum Hinteren. Versuch uns, mich irgendwie so zu parken, dass wir danach direkt nach Shiprock Bay weiter können. Was ist das nur auf halb? Wir brauchen erstmal genug Geschwindigkeit, damit wir überhaupt durch die Felsen hier durch können. Okay. Mach einen Riss hoch. Okay. Oh. Das ist ein Rätsel. Das ist nicht, weil wir gleich alleine auf die Insel gehen. Du musst unbedingt darauf achten, dass die Galeone, die vor uns ist. Nicht auf die Idee kommt, sich uns zu nähern. Dann hoffen wir einfach, dass man die Destino zum Raid will. Okay. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Ich habe vergessen, meine Kugeln nachzuladen, aber ich habe noch drei Stück. Warum verlachst du mich doof? Das war so. Okay, wie du meinst. Bitte, bitte doch. Gerne. Keine Bananen. Irgendwo. Ich habe jetzt noch ein paar dabei. Schlange, lass das. Hier unten gibt es eine Munitionsgäste, wo ich kurz mal durchladen kann. Also, wie viele Schlangen es hier gerade gibt. Wo ist denn dieser gekrisselte Tentakel? Der Einsame war doch hier unten, irgendwo. Da. Ne, das sind drei. Stimmt, der Einsame war wahrscheinlich da oben. Das ist der Sturm. Was macht die Galeone vor uns? Die Färsch. Das ist auch kein einsamer Tentakel. Hallo, Schlange. Da ist auch kein einsamer Tentakel. Egal, ich spiele trotzdem mal. Nein, der ist nicht einsam. Die Galeone fährt wahrscheinlich zum Raid und lässt uns damit in Ruhe. Der da sieht ziemlich einsam aus. Ja, ist sehr gut möglich. Sie umkreist gerade durch die Insel, glaube ich. Das fährt an der anderen Seite die Insel lang. Okay, der ist noch nicht so einsam. Der ist auch nicht einsam. Wie viele Tentakel? Kann man bitte auf eine einzige Insel draufmalen? Das ist ja wie Peniskitze lang in der fünften Klasse an der Tafel. Hm. Was war die sechste Klasse in der Tafel? Ehrlich? Ja. Ah. Sechste und siebte. Sachen gibt's. Fünfte, da haben die fünf Klasse noch einen Vierklässlerkopf. Haben was? In der fünften Klasse haben die fünf Klasse noch einen Vierklässlerkopf. Ach so. Ja. Oh, fuck my life. Oh, fuck my life. Wieso? Was ist los? Was ist los? Ah. Das gab keine Kettenreaktion. Ich bin unglücklich mit der Gesamtsituation. What? Nee, was für ein Tollst von dir. Du bist eine Tollstung für die Menschheit. Was du gerade sagen. Sehr still. Meiner. Ich würde den für mich klären, weil bei mir auch ein Kreuz festreffen kam. Kreuz festreffen? Ja, weil mir wurde angezeigt, dass ich getroffen hätte. Das ist mir zumindest ziemlich sicher. Okay. Ich glaube, wir haben einfach beide Gleise geschossen und getroffen. Das ist durchaus möglich, aber das würden wir uns beide niemals zugestehen. Wer wissen das? Ja, das war mein Schluss. Sorry. Und jetzt? Hättest du wohl gerne. Nee, ich höre es nicht gerne. Das war so. Das heißt, das war zwar so, aber du hättest es nicht gerne so. Fakten lassen sich ändern, wenn du möchtest. Beide. Weil es es wollte, sondern es war so. Aber du hast gesagt, du hättest es nicht gerne. Das ist eine Tentakel. Du willst nicht. Ah, hier ist noch ein Lochbuch. Krakens voll hatten wir noch eine Kiste, die wir vielleicht noch vorbeigehen mitnehmen könnten, aber das da ist der einsame gemalte Tentakel. Nein. Nein, das ist von mir, dass gerade das Krakentod ist oder sowas. Memo, ich bin mir unschuldig, wie viel der Tentakel auf einer einzige Insel ploppen kann. Es würde mir schwer fallen, zu glauben, dass irgendeiner der Tentakel einsam sein kann. Wenn wir eine vom Kragen abpacken, dann ist er einsam. Wie macht man einen einsamen Tentakel auf Crooked Mars? Man bringt einen mit. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo er das Teil zu befinden soll. Das ist kein einsamer Tentakel. Ich spiele jetzt einfach jedem Tentakel was vor. Faket. Irgendjemand wird schon einsam sein. Guck mal, da kommt doch ein einsamer. Der ist mir nicht einsam genug. Luffy sieht es jetzt schon wieder an. Vielleicht ist der halt da oben, weil da sind so zwei und da ist einer, der so in eine andere Richtung geht. Du meinst, der eine hat sich um den anderen abgewandt? Mit dir rede ich nicht mehr, Dave. Nein, zwei Gucken wir es den anderen an, der ihnen zugewandt ist. Ah, wer hat so ein Abstandswissen? Keine Ahnung, muss man so bleiben. Du meinst, wahrscheinlich die riesige Malerei hier oben ist, wahr? Ja. Ja. Aber das ist ein Neid. Das ist ein Neid. Okay, dann... Das ist das Erste, was mir einfallen würde. Werd ihr mal verrecken. Ich hab zu tun. Also, soll ich dir mal mithelfen kommen? Klar. Lufkornaschläfer gerade ohne weiteres bewachen. Ja. Das war peinlich. War so peinlich. Nichts war peinlich. Das war schön. Das war schön. 46... Oh, dann hab ich's noch gesehen, wie Bermus Skies diese Welt verlassen hat. Vielleicht ganz oben. Ganz oben klingt erstmal nach einem guten Ort, wo man einen einsamen Tentakel malen kann. Hier ist noch ein geheimnisvolles Logbuch. Nimm ich auch mal mit. Und eine Karte. Schießpulver fast. Wir werden nie fertig. Oh, da sind drei Kreuze drauf. Da. Ich hab irgendwie das Gefühl, es sporen uns das wenige Schießpulverstätte. Das sporen wahrscheinlich deutlich heftiger bei Seelenordenaufgaben. Ja. Apropos, warte mal. Hier kommen gerade drei Leute entgegen. Ist irgendeiner von Schießpulver? Nein. Okay, nächster Auftrag. So, so. Galgen zwischen den Gipfeln. Alles klar, das ist kein Problem. Ich kann noch Schießpulver fast kurz mal mitnehmen. Stimmt. Und sind die ja schon da ausgegangen aus Gründen. So, ich mag uns nicht. Der einzige, der großes Badaboom machen darf, bin ich halt an uns dann immer gesagt. Und wir weigern uns das anzuerkennen. Bermo, ich wirf dir gleich ein Schießpulverstätte auf den Kopf. Warte mal kurz. Bitte gechönden. Das wäre sehr asiduv. Das wäre wirklich asiduv. Das wäre so definitiv. Bermo hat aber ordentlich einen Abschnitt zur Brücke gehalten. Ja. Drei gemaltene Takel. Drei gemaltene Takel. Drei gemaltene Takel. Drei gemaltene Takel da bei der großen Zeichnung. Ja, ich gehe auch noch von aus. Drei großen, der bei der großen Zeichnung sind. Bin da unterwegs. Oh, Eisen. Ja. Hier unten ist übrigens auch mal ein Schießpulverfass, ne? Das ist sehr nett. Äh, zehn gen West-Nord-West. West-Nord-West ist diese Richtung. Ist das dann hier so? So. Luf? Ja. Bringst du das eine Mal nach oben? Kann ich machen. Ich hol grad schnell das andere. Ich möchte euch nicht töten. Nicht so lange hier ein Schießpulverfass für jetzt mal auftauchen könnte. Ich weiß doch, ich weiß, ob heute die Tote kommt das sofort direkt einem Pulverstätte uns entgegengeflogen. Eindeutig. 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 Aua. Brauchst du mal eine Banane? Du lässt das bleiben. Lass das. Ich kann nur holen, wie ich es einladen kann. Drei gemalte Tate. Zehn gen West-Nord-West. Eins, zwei, drei. Hier so? Meeres Gärte. Kein Pulverpaul dabei. Warum? Oh doch, da ist ein Pulverpaul. Alles klar. Luf? Ja. Richte deinen Augenmerk auf die Brücke. Brücke, Brücke, okay. Sobald er auf der Brücke ist, oder? Nein, sobald alle jetzt schießen. Jetzt sind die Gegners. Nein, nein, nein. Jetzt hab ich die Schwiss gebackt. Ach, verdammt. Gut, damit hat sich die Gelegenheit erledigt. Ich bin gesprengt worden. Ja, es waren zu viele vor ihm. Es hatte keinen klaren Schuss. Ja. Er hat sie nicht getroffen. Ja, ich hab auch daneben geschossen, weil ich angeschlagen wurde, wenn ich schießen wollte. Ja. Na, das war wieder die Gelegenheit. Hat nicht gezählt, nehme ich an. Hat nicht gezählt. Wir waren immer noch 13. Wir waren immer noch 4. 4 Kettenreaktionen kriegen wir relativ schnell hin, glaube ich. Hoffe ich. Wenn wir jetzt einfach nur 4 mal ein paar von denen finden. Wie viele Legendäre... Ich bin ja noch nicht gestorben. Also wie viele Legendäre Sklettbombe haben wir denn jetzt? 37 von 50. Und es sind noch 13. Ja, gut. Äh... Lauf! Flieg und sie... Aua. Könnten wir vielleicht das nächste Mal irgendwo zusammen spawnen, wo es einfacher ist, sie zu kriegen? Ich wäre sehr verbunden. Aber ich kann nicht sagen, es war eine wohnungsvolle Explosion. Das ist erfreulich. Schildblock Bay wird es vielleicht weniger enttäuschend sein, was die Suckeleite angeht. Alternativ auch die ganzen anderen beiden Inseln, die wir noch jetzt kriegen, mit den weiteren Schadenskollern. Ja, das sind ja so... Non-Stop-Assi-Dinger. Ich höre gerade... Knochen-Jo... Äh, Explosionsfass! Aber erst dann ist es 3,3 da so... Das waren 3. Das waren 3? Ist noch 3 dabei gestorben? Denn hier ist doch leider von denen noch leben geblieben. Was? Sind wir jetzt bei 38 oder 37, ist die Frage. Wir sind jetzt bei... Immer 37, immer noch. Was waren 3? Okay. Hier! Warte, 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 bis alle zusammen sind. Ja, natürlich. Wieso ist das... Ach ja, das Stifffass... Pulver ist ein bisschen gesprengt worden. Okay, okay, okay. So, komm. Wo rennt ihr hin? Kommt hier rüber. Warte, 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 warte. Pulver ist zu fach voll. Okay, jetzt... Ey, Pulver Jones! Sekunde. Ich gehe näher ran. Hey, hey! Das ist sehr schön für den Hai. Wirst du wohl... Tanzt du mal an? Nein. Dann hier. Okay, jetzt... Pulver Jones! Hai, lass mich in Frieden. So, Hai ist tot. So, warte. Nein, 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 nein. Nicht tauchen jetzt. Warte, 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 die gehen jetzt. Sie sind noch nicht nah genug übereinander. Ich ziehe die wieder zusammen. Ja, warte, ich warte. Warte, ich ziehe die wieder zusammen. Ey, kommt jetzt mal alle mit. Jetzt. Oh Mann! Jetzt trefft es mich. Ach, 30. Haben wir einen Schaden bekommen, wovon das der eine Typ nicht gesprengt hat? Nein. Ich glaube, wenn wir Schaden bekommen hätten, hätten wir das wahrscheinlich schon längst mitbekommen. Ja. Aber das hat uns ganz schön ein Stück wegbewegt von unserem ursprünglichen Punkt. Ja. Müssten wir in Erinnerung behalten. Das könnten wir benutzen, um unser Schiff per Jumpstart rauszubewegen aus einer engen Situation. Mhm. Um unser Schiff halbwegs zu versenken. Also, das wäre gerade eine wunderbare Situation, wenn es darum ginge, ganz schnell eine enge, eine Engposte verlassen, wenn wir angegriffen werden würden. Was ist das übrigens für Kanonen, das ich vorhin gehört habe? Kanonen oder? Ich kann es dir nicht sagen, Eisen. So, Chivalry Retreat und Crackens Fall haben übrigens jetzt auch Schatzkarten. Es werden immer mehr, oder? Es werden wahrscheinlich noch mehr. Machen wir das Shipwreck, babe. Genau. Das ist ja gerade relevant für uns. Dann können wir danach mitnehmen und hoffentlich haben wir da ein bisschen Glück. Okay, wir machen noch zwölf Sprengen von normalen. Sechs, äh, ne, vier Kettenreaktionen. Wir sollten wieder Seelenorden in Aufträge nehmen. Ich bin halt davon ausgegeben, dass wir bei legendären Aufträgen durchgehend von Skeletten behagert werden, weil es immer passiert, wenn wir keine haben wollen. Ja, jetzt wollen wir aber welche haben. Genau. Und das ist dann meint das Spiel. Ja, gut. Wenn du jetzt welche haben willst, dann fick dich doch einfach. Ja? Ja, das ist zunächst so eine kleine. Das ist haurig. Das Spiel hasst uns. Genau wie zuerst. Stimmt, wir haben jetzt echt nur noch zwei Insinn, die wir machen müssen, danach die Ablieferung. Läuft bei uns. Wobei, die Insel, auf der wir die Legendenkiste bekommen werden, die wird unser Projekt garantiert durchgehend behageln. Das könnte durchaus möglich sein, ja? Ja, das ist vorstellbar. Ja, vorne kann man hoch. Noch eine Banane. Ach, die restlichen Bananen sammeln ich auf der Insel zusammen. Funktioniert bestimmt. Händler ist hoch. Ei, ei, Kapitän! Ähm, alles in? Ja? Ah, ich bitte nicht. Alles im Griff, Bermut. Jetzt können wir, jetzt können wir ihn nicht beleidigen. Verdammt. Okay, wenn wir ein Loch haben, dann beleidige ich es. Du beleidigst mich sowieso, Luf. Das ist aber außerhalb vom Kontext gesehen, okay? Ich drehe gerade in aller Gemütlichkeit und das Schiff erst mal weiter. Oh, hallo! Springer bei Bermut in der Nähe. Bermut zieht ins Wasser und es sind zu wenige, um es zu sprengen. Es müssen drei sein. Es sind drei. Der ist der Springer, selber zählt mich mit. 39. Springer selber zählt mit? Der hat schon immer mitgezählt, Eisen. Ja, nee. Ich habe diversen Quellen gelesen, dass es nicht der Fall wäre. Und manchmal hat es manchmal nicht knapp. Nee, deswegen haben wir es auch vorhin geschossen, ne? Aber gut. I stand corrected. So, Rätsel weitermachen. Wenn du Hilfe suchst, dann rate ich dir eines Spielerliedchen an dem durch den Felsgipfel geschnittenen Tunnel und zwar Feinde. Großer Gipfel in der Mitte? Tunnel. Ah, da. Oder auch nicht. Könnte der andere Tunnel sein, der oben drin ist. Davon müsste dann auf das Schiffstrax hochklettern und dann über den Bugspriter rein. Oder über den unbequemten Mast. So. Tom. Ich habe es gerade gezogen, ich gehe jetzt noch an Land. den durch den Felsgipfel geschnittenen Tunnel. Ich dürfte schon auf dem Weg dahin sein. Na, ich bin oben in dem Ding. Bist du? Ja. Ja. Ernsthaft? Da bin ich durchgelaufen. Spiel. Vielleicht musst du drin stehen. Wieso? Hä? Warum? Ich habe mich nicht festgebackt. Spiel. Das ist gelogen. Rippenknochen im Schatten des höchsten Gipfels. An den überkreuzten Rippenknochen im Schatten des höchsten Gipfels ist etwas versteckt mit dieser Karte hast du es bald nicht. Was sind denn die Rippenknochen? Ich finde es gerade heraus. Ich bin ja interessanterweise direkt zum Schiff zurückgeschickt worden, weil das Spiel der Meinung war, guck mal, lustig festgebackt. Halt, ich höre gerade wieder magersüchtiger mit Suizid-Tendenzen. Ich habe es gelönt, man dabei. Ja, ich auch. Ich bin hier gerade zurück zum Schiff. Oh, Luv, guck mal. Was? Wo? Was glitzernes? Nein, nein. Da ist so. Wenn du schon nach glitzern und fragst, dann nehme ich den Spaß der Sprengung. Ey! Oh, zwei neue Bananen. Kriege ich als Belohnung dafür. Ich habe noch Saluppen-Ausschau gehalten. Das ist eine gute Aktion von dir. Ich bin stolz auf dich. Du, du hast mir die Sprengung geklacht, du. Ja. Aber ich möchte auch mal... Die hat über mir nicht gezählt. Weil du müsste das sprengen lassen müssen. Bestimmt. Wahrscheinlich ist es eine Selbstmordfrage. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Dann sind vier draufgegangen, wenn der Sprenger-Sitz mitzählt. Also ich bin bei 39. Ja, ich auch. Ach, waren wir vorher bei 38? Nein. Nein. Dann, äh... Es ist vielleicht deine Selbstmordfrage später. Egal, was passiert. Hey, Eisen. Hey, Wermo. So, es ist ein Rückenknochen. Genau. Genau, wo sind die jetzt? Schatten des Gipfels. Da ist dunkel. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo die sind. Wenn das jetzt für Mikro-Rippen sind, dann weine ich. Was sagt ihr so? Nee, hat sich erledigt. Hier hing gerade einer rum und ich dachte, da wäre es gewesen, aber irgendwie... das sind keine Rippenknochen. Ach, da haben wir ein Rätsel hier. Ja. Ja. Nein, ich sage nichts. Ach, ich habe ihn gefunden. Ich hatte die jure Leute. Hörerleit. Fass. 41. Zum Tümpel. Sind wir schon bei 41? Ja. Ah, ein einzelnes Fass. Ja, ich weiß, ich dachte, wir würden doch heute wieder kommen. Nein, nein, spreng es noch nicht. Das können doch Leute nachkommen. Ja, 41. Gut, dann hat das eine von vorhin, was ich im Gespräch habe, doch noch gezählt. Ich schneide es nicht. Wo werden die restlichen Mager sich kriegen? Ich wollte doch die Karte lesen. Warte, dann nicht hängen bleiben. So, Vogelscheuche, sagt er. Ach so, die. Wo ist die? Oh, shit. Ich renne gerade. Ah, gefunden. Gut, steh ich an. Ich habe einen Springer dabei und den können wir dann benutzen. Ich mache eine zur Eile. So, Bärmung, jetzt ins Wasser. Oh, hast du einen dabei? Ich habe einen Sprenger dabei, ja. Warte, warte, die sind gleich nicht langgegangen. Hey, Freunde, kommt mal hier rüber. Alle hier rüber. Explosion. Guckt nicht so dumm und kommt hier rüber. Explosion. Explosion. Sag mal, seid ihr dicht? Mitkommen. Aua. Nee, wir sind generell nicht so dicht. Alter. Alter. Da hat er in seinen Kopf zwischen gedrückt. Ich packe es auch wieder ins Buch von den Witzen, die nicht funktioniert haben. Ja. 42. Läuft. Witz nummer 42. Kau. Okay. Wieso beide wieder gewartet haben? Ja, natürlich. Nein, du grebst. Nein, du grebst. Okay, beide kram. Lass wissen. Lass wissen. Wieso hat niemand gelacht? Wovon redest du? Das Kram nicht dicht sind? Sehr lustig ist. Ups, oh shit. Mir ist nichts runtergefallen. Nichts runtergefallen, alles gut. Wir wissen beide, dass ihr nichts runtergefallen ist, du. Du wirfst dann Sachen einfach durch die Gegend. Das ist Wattes Piggy. Warum ist Wattes Piggy? Ja, aber nicht jetzt. Okay. Ha 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 ha. Haha. Haha. Vielen Dank.